Heute leider schlechte Nachrichten von Werder Bremen. Mehr als ein Schlüsselspieler wird im nächsten Spiel gegen den FC Bayern München fehlen. Aber auf der anderen Seite haben wir ausgezeichnete Neuigkeiten. Aber zuerst, wenn Sie über die neuesten Nachrichten von Werder Bremen auf dem Laufenden bleiben möchten, abonnieren Sie jetzt den Kanal. Wir bringen täglich neue Videos. Beginnend mit den schlechten Nachrichten. Niklas Füllkrug wird dem SV Werder Bremen im Heimspiel gegen den FC Bayern München leider nicht zur Verfügung stehen. Der 30-jährige Stürmer fällt wegen Wadenproblemen noch aus. Hinter Werders Multiplayer-Nutzung steht auch ein Fragezeichen. Der SV Werder Bremen muss für sein Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München auf Niklas Füllkrug verzichten. Der 30-jährige Stürmer hat weiterhin mit Wadenproblemen zu kämpfen und wird Bremen daher im vierten Spiel in Folge nicht zur Verfügung stehen. Neben Füllkrug fallen gegen den FC Bayern München definitiv Felix Argo und die Kenny Salifu aus. Während Argo am Dienstag wegen anhaltender Probleme mit der Patellasehne operiert wurde und für den Rest der Saison pausieren wird, Salifu wird laut Ole Werner für mehrere Wochen pausieren. Zudem ist der Einsatz mehrerer Spieler des SV Werder Bremen gelinde gesagt fragwürdig. Einer dieser Profis ist Ehren Dingzi, der wie Niklas Füllkrug nur am Donnerstag spielen wird. Es sind noch zwei Tage, bis der SV Werder Bremen den großartigen FC Bayern München empfängt. Noch stärker im Fokus steht Niklas Füllkrug, denn das Team von Trainer Ole Werner könnte den Torschützenkönig der laufenden Saison im Duell mit dem Rekordmeister sehr gut gebrauchen. Der Werder-Stürmer hat weiterhin mit Wadenproblemen zu kämpfen, zudem verpasste der 30-Jährige am Donnerstagmorgen das Training und absolvierte im Wohn-in-West-Weserstadion erneut eine Einzeleinheit. Deutlich bessere Nachrichten gibt es dagegen aus anderen Mannschaftsteilen. Christian Groß, der Anfang der Woche ein Soloprogramm absolviert hatte, stand bereits wieder auf dem Platz, ebenso wie Verteidiger Niklas Stark, der eine Fußverletzung mitbrachte eher aus Gelsenkirchen. Und Sie Fan von Werder Bremen, glauben Sie, dass unsere Mannschaft Niklas Füllkrug vermissen wird? Oder gewinnen wir ohne ihn? Auf welchen Spieler würden Sie setzen? Sag deine Meinung in den Kommentaren. Sie ist sehr wichtig für Werder. Und denken Sie daran, den Kanal für die neuesten Videos von Werder Bremen zu abonnieren.